Perlenlichtkette Wenn du bereit bist, reiche ich dir meine Hand. Ich habe etwas für dich, etwas sehr Vertrauliches. Du spürst es und ich spüre es auch. Achte auf das, was in dir geschieht. Öffne dein Herz. Dort wohnt deine Seele. Lass sie frei atmen. Sie hat schon so lange Sehnsucht nach Licht und Liebe. Und wenn du dir vertraust und deine Herzenstür öffnest, entdeckst du deinen Kern, deine Mitte, deine Perle, dein wahres Sein. Jetzt spürst du Liebe und Freude, Licht und Wärme. In diesem Moment erkennst du dich. In diesem Moment erkennst du Schöpfung. In diesem Moment erkennst du deine Bestimmung. Du hast deine Mission erfüllt. Oder noch nicht? Du kannst dich frei entscheiden. Und wenn du bereit bist, reiche deine andere Hand weiter. Es gibt immer jemanden, der nach Hilfe sucht. Und gib Licht und Liebe, die du jetzt hast, weiter. Gib mit Freude und Dankbarkeit. Ein neues Licht geht an. Und noch eins. So entsteht die schönste Perlenlichtkette der Welt. Es ist das Wertvollste, was du dir und unserer Welt schenken kannst. Möge Licht und Liebe sein. Oh. 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 Vielen Dank.